Hallo, moin moin und herzlich willkommen Freunde der 9. Kunst. Heute möchte ich euch einen Comic vorstellen, der ursprünglich mal ein Hulk-Comic werden sollte, es dann aber doch nicht geworden ist und um welches Werk es sich da genau handelt, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Und um dieses Werk geht es heute, Monster von Barry Windsor-Smith, erschienen beim CrossCult-Verlag recht aktuell. Der kommt als große Hardcover-Variante raus und wenn ich groß sage, ist es dieses Mal bei CrossCult wirklich groß gemeint. Normalerweise kommen die meisten Comics ja eher in diesem kleinen Hardcover-Format raus und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich darüber. Man hat sich hier entschlossen, eine sehr, sehr schöne, große Hardcover-Ausgabe eben rauszubringen. Dieses ganze Werk hat 368 Seiten und liegt bei einem Preis von 40 Euro. Wie gesagt, hier haben wir einmal das ganze Werk ringsherum. Die Rückseite ist jetzt nicht so spektakulär, sehr textlastig, was auch bei diesem Comic der Fall ist. Das schöne, ich weiß nicht, ob ihr es schon sehen konntet, wieder Lesebändchen. Die Fans, die freuen sich wieder. Ist auch nicht verkehrt bei diesem großen Schinken. Und ja, es ist ein richtiges Mammut-Projekt von Barry Windsor-Smith gewesen. Der hat circa 35 Jahre an diesem Comic, an dieser Graphic-Novel gearbeitet, die ursprünglich, wie ich schon mal eben im Intro erwähnt habe, ein Hulk-Comic werden sollte. Also so eine Alternativ-Story, was dann aber irgendwie überworfen wurde. Und dann hat Barry Windsor-Smith sich dazu entschlossen, nee, da mache ich einen eigenständigen Comic von. Und der hat halt wirklich Jahrzehnte gebraucht. Und hat jetzt aber hier final sein richtig dickes Werk eben rausbringen können. Ich gehe mal kurz auf die Story ein. Das ganze Spiel so Ende des Zweiten Weltkrieges bis 1964. Wir erleben hier 1964 Robert Bailey, auch genannt Bobby von vielen, der ja irgendwie in seinem Leben nichts mehr so wirklich mit sich anzufangen war ist. Er ist irgendwie Anfang 20 und beschließt daraufhin, weil er einfach nicht weiß, wohin mit sich. Ich gehe zum US-Militär oder zur US-Armee und versuche mich dort dann eben aufnehmen zu lassen. Und das passiert dann auch hier. Die sehen ihn so und denken sich, okay, ja, der Junge, der hat sonst nichts mehr. Den können wir gut gebrauchen und zwar für gewisse geheime Experimente. Und so wird er in eine, ja, ich sage mal, Einheit reinkommen oder er kommt in eine Einheit rein, mit der auch bereits sein Vater schon Jahrzehnte vorher Berührung hatte. Sein Vater, der auch früher im Zweiten Weltkrieg in dieser Einheit eben drin war, der hat ihn auch damals geschlagen und alles. Und er weiß immer nicht, dass es genau diese gleiche Einheit eben ist, weil er sich mit der Vergangenheit seines eigenen Vaters gar nicht so genau auskennt. Und wir erfahren jetzt hier in so Rückblicken immer mehr auch über diese Geschichte, über diesen Werdegang von Bobby Bailey als Kind, was eben während seiner Kindheit überall passiert ist mit seinem Vater, mit seiner Mutter, mit anderen Menschen, die irgendwie mit ihm zu tun hatten. Und man merkt in dieser Story dann irgendwann, dass die Nazis im Zweiten Weltkrieg hier in dieser Geschichte Experimente gemacht haben, grausame Experimente mit Menschen. Und auch das wird jetzt hier 1964 versucht, mit Bobby wieder aufzugreifen. Man hat damals zum Ende des Zweiten Weltkrieges eben diese Gräueltaten, diese Experimente vorgefunden. Und 1964 dann überlegt, okay, das wäre ein Kandidat, den können wir nutzen. Und so experimentiert man mit ihm herum und dann passiert es halt eben, dass Bobby Bailey dann, ja, so wie wir es hier sehen können, dann final nicht mehr menschlich aussieht, sondern im wahrsten Sinne des Wortes zu einem Monster eben wird. Die Verantwortlichen von diesem Experiment sagen so, hey, okay, das ist gescheitert, weil er es so mit Eiterkram und mit Wucherungen übersät. Und man sagt so, nee, das ist ja kein Supersoldat, wie wir uns das so vorgestellt haben vom Experiment her, sondern das ist wirklich ein Monster. Und so können wir diesen Mann oder dieses Wesen nicht mehr rausschicken. Wir müssen den eliminieren. Und so beginnt dann in der Zeit von 1964 so eine Art Hetzjagd eben auf Bobby Bailey. Und rückblickend erfahren wir halt eben aus diesen ganzen Jahrzehnten, wie ist dieser junge Mann bis dahin hingekommen. Und wir erleben eben auch irgendwann final diesen Ausgang der Jetzt-Zeit. Also eine wirklich sehr, sehr krasse, berührende, emotionale, grausame Story, die uns hier in diesem Comic erwartet. Und ich zeige euch mal gerade ein paar Zeichnungen dazu, dass ich euch hier mal einmal Bobby zeige, wie er noch normal aussieht. Das ist eher hier unten, wie er jetzt eben gerade beim US-Militär, bei der US-Armee anheuert und dort dann auch wirklich dann aufgenommen wird. Eben aufgrund dessen, dass man sich überlegt, hey, okay, mit diesem jungen Mann können wir experimentieren. Und der ganze Comic ist in so einem Schwarz-Weiß-Look gezeichnet. Und wie man hier vielleicht auch schon sehen kann, ist es halt sehr, auch sehr textlastig. Ich habe es in meiner Comic-Beute auch schon mal vorgestellt und angesprochen, dieser Comic ist extremst, extremst textlastig. Also man hat hier ja fast 400 Seiten. Und ja, also es braucht wirklich seine Zeit, diese Graphic-Novel eben durchzulesen, weil das einfach so fantastisch gut auch geschrieben ist. Also es ist sehr, sehr gut, dass der hier so textlastig ausgefallen ist, weil dadurch, muss ich ganz ehrlich gestehen, war ich auch total drin in dieser Geschichte. Die hat mich richtig gepackt. Man kann jeden Charakter emotional irgendwie auch echt nachvollziehen, warum er so handelt, warum er das und das teilweise so macht. Und also das ist wirklich super, super gut geschrieben. Besonders hierbei ist noch, ich muss mal gerade rausgucken, die Mutter von Bobby Bailey schreibt hier so Tagebucheinträge, immer mal wieder. Erinnert ein bisschen an hier so Ellen Moore-Tagebucheinträge auch, fand ich, so wie man das eben bei Providence und anderen auch schon so hatte. Dann hat man hier ganze Seiten eben auch so mit Texten. Auch unterlegt meistens mit diversen Grafiken, was das Ganze dann auch noch mal ein bisschen auflockert. Aber wir haben es wirklich häufiger, wenn man das jetzt hier mal zum Beispiel auch sieht, dass wir dann hier wieder so einen Text haben. Aber das braucht dieser Comic auch. Das ist extrem, extrem gut, extrem wichtig, weil sich gerade darüber auch wieder ganz, ganz viele Emotionen und ganz, ganz viele Ereignisse, die man sonst so vielleicht gar nicht wahrnehmen würde, darüber transportiert werden. Und das ist so gut gemacht. Also ich finde, ich habe bisher dieses Jahr noch nichts Besseres gelesen als diesen Comic. Also der hat mich einfach total abgeholt. Es ist eben, ja, ich würde fast sagen, so ein bisschen so eine Art Antikriegs-Comic, gemischt mit so Familiendrama und teilweise auch so manchmal Thriller-Momenten und auch mit einer gewissen Art von Mystik da irgendwie mit drin. Also wir haben hier verschiedenste Genre, die sich hier zusammen mixen und hier einen wirklich so runden Comic abgeben. Also ich weiß es, ich kann mir gut vorstellen, dass das auch nicht jedem gefallen wird. Aber mich hat er einfach auf so einer emotionalen Ebene so abgeholt. Ich war jedes Mal, wenn ich den gelesen habe, ich habe zwei Durchgänge gebraucht. Ich habe mir an zwei Tagen quasi durchgelesen, einmal die eine Hälfte, einmal die andere. Ich konnte den nicht weglegen, einfach weil der so fantastisch gut geschrieben ist. Die Zeichnungen haben mir persönlich auch sehr, sehr gut gefallen. Das mag nicht jedermanns Geschmack sein, dass es einfach nur schwarz-weiß ist. Und ja, wie gesagt, vielleicht auch vom Stil wird der ein oder andere das auch nicht unbedingt mögen. Ich fand es total toll. Also hier wird auch sehr viel so mit ganz feinen Schraffurlinien auch eben gearbeitet. Und also mir hat dieser Stil wirklich extrem gut gefallen und ist auch für diese ganze Geschichte einfach gut und stimmig. Also das wurde richtig gut transportiert und ich war einfach nur geschockt und fasziniert, weil der teilweise auch wirklich Passagen hat, die so heftig sind. Gerade so was zur Zeit des Zweiten Weltkrieges dann eben auch passiert. Und ja, insgesamt wie einfach mit dieser Person Robert oder Bobby Bailey dann eben umgegangen wird. Und was der so für ein Schicksal nach hinten heraus vorher hatte. Also wir erfahren ja immer, immer mehr und auch gerade mit seinem gewalttätigen Vater und was das für Einfluss auf Familie, auf Bekannte, auf Freunde hatte. Und auch das Schicksal anderer irgendwie dann so mit reingenommen hat. Das ist einfach super, super stark gewesen. Also für mich bisher das Comic-Highlight von diesem Jahr. Wir sind ja noch recht jung. Wer weiß, was da noch kommt. Aber ich habe es auch in der Comic-Beute auch erwähnt. Ich hatte einfach beim Lesen irgendwie so Feelings, wie ich das zuletzt bei The Crow hatte. Also irgendwas, was mich wirklich so emotional gepackt hat. Es ist ein fiktives Werk. Also es benutzt halt eben Sachen, die so geschehen sind, aber es ist dann eben rein fiktiv. Das muss ich hier dann vielleicht auch nochmal sagen. Nicht, dass der eine oder andere jetzt denkt so, okay, basiert das jetzt auf Tatsachen oder so? Nein, also das ist eine rein fiktive Comic-Geschichte. Und ja, ich finde es sehr, sehr gut, dass hier kein bloßer Hall-Comic raus geworden ist, sondern einfach viel, viel mehr. Monster aus dem CrossCult-Verlag kann ich wirklich nur wärmstens jedem ans Herz legen, der sich für eine intensive und lange Geschichte interessiert, die in diesen Zeit-Epochen eben spielt. Das ist meine abschließende Review oder Meinung eben zu Monster. Schreibt doch gerne in die Kommentare mal rein. Habt ihr den schon gelesen oder habt ihr den vielleicht auch noch gar nicht irgendwie auf dem Zettel gehabt oder den schon vor einiger Zeit im Englischen gelesen? Da gibt es den schon ein bisschen länger. Da heißt es ja auch nicht Monster, sondern Monsters, weil es hier nicht nur um das eine Monster geht, sondern im Grunde genommen um ganz viele. Und ja, also mich würde eure Meinung mal wirklich interessieren. Ob ihr das ähnlich seht wie ich? Also ich lehne mich ja weiter aus dem Fenster, wenn ich schon im April sage, so wow, das wird wahrscheinlich einer der Comics des Jahres oder ist für mich persönlich vielleicht sogar schon das große Werk in diesem Jahr. Mich würde wirklich eure Meinung zu Monster interessieren. Schreibt das gerne rein und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Review. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Und wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Ich wünsche euch viel Spaß beim Comic und Manga lesen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Ingo. Ciao. Ciao.